Ich glaube, es ist immer noch das friedlichste und geilste Festival der Welt und ich glaube, ihr seid immer noch die geilsten Fans der Welt und ich glaube auch, wir spielen immer noch die geilsten Bands der Welt. Wenn ihr möchtet, dass die für euch Musik machen, dann bitte unterstützt eure Gruppen, indem ihr keine Wall of Death praktiziert. Feiert friedlich, fröhlich miteinander. Dann haben wir alle Spaß und ihr kommt alle wieder gesund nach Hause. Solange wir nicht das Gefühl haben, dass das auch nicht umgesetzt wird, muss ich leider hier stehen gehören. Das ist immer ein Rufi. Sprecher Rundfunk Großartig 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 Oh, ja.